dann hol mir jetzt mal alles zusammen was wir dafür brauchen und wasser einmal habe ich ich nehme am besten noch einen zweiten mit oder nimm du einfach noch einen mit nein die pferde darfst du nicht alle töten denn du darfst nur die schafe töten und die hühner ja schaf und hühner denn die habe ich schon fertig will da oben noch eine goppel bauen eine goppel dann musst du mir vorher sagen du musst deine videos gucken dann weißt du so was aber jetzt weiß es ja auch so gut so um ich mag den buch überlegen wie habe ich das über dem feld gemacht habe ich da so einen rahmen geht es einfach nur auf erde okay so also um hast du eine schaufel okay dann nimm dir noch eine warte so ein paar ich glaube ich habe sogar ein paar Sensen oder wie heißen da Sensen genau 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 okay ich habe acht hoes kann ein paar davon abgeben so ich habe was für dich für mich was soll ich denn mit dem ganzen Rabel das gehört dir ja ich werde auch das Tierzeugs nicht los das mob Zeugs so okay so jetzt werden wir erstmal nochmal ganz 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 viele Zäune brauchen also ein paar einfach mal ein paar ein paar ein paar Hacken habe ich dir schon hingeworfen ne ein paar Haus ein paar Haus jetzt jetzt sage ich dein Kram mal wieder haben welche Kram meine Axt oder ja brauche ich jetzt nicht unbedingt wo bist du denn äh im Lager im Lager Tor aber das geht nicht gib mal her ja warte ich probiere mal das ging nicht hey kannst du mal kurz googeln ich meine ich könnte auch kurz googeln aber ich mach mach mal bitte danke was ist das denn für ein Scheiß wir spielen auch auf A1 A8 ja klar ich hab drei ganzen Mods und so einen Scheiß ja hä 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 wie soll das denn versteh das nicht versteh das nicht Leute so hab ich hier noch einen Eimer ja geil noch einen Eimer da sind jetzt bei den zwei äußeren jeweils zwei Holz bretter oh das war eine A1 A8 oh fuck okay na gut sind die ja viel teurer geworden ey ja oh nein jetzt ich will keinen Tropenholz zauen doch ja ich doch wir machen da oben Tropenzaun weil erstens habe ich ganz viel Tropenholzer und da oben ist ja auch irgendwo äh der Dings ist der der Wald der dahin kommt ich hab Wasser du hast Wasser ja ich hab's dir gegeben das finde ich jetzt nicht so geil ich geb dir nie wieder Wasser doch ja aber ist egal so so das sollte erstmal vom Zaun her reichen ich hab dir noch was hingelegt ja so erstmal hier noch die vier Eier aber warum kommen so viele Hühner raus ey töte sie du hast die Lizenz zum töten 007 erwischt so gut so hier wir gehen jetzt gleich mal raus so äh nein da hier so hin gut gut alles äh wir müssen noch ein paar Samen mitnehmen natürlich natürlich das nicht bei Essen nein sondern bei Pflanzen Pflanzen so ich hab jetzt nur 5 Stacks so mitnehmen können wir mit dem Inventar voll also nimm dir mal noch ein paar Stacks mit wir werden viel brauchen oh du hast sogar Blümchen da drin ja ich hab nicht immer alle weggeworfen da war ich manchmal zu faul für so ich überleg grad aus ich würd da oben ja noch irgendwo ein Feld haben aber ich weiß noch nicht genau wo wo bist du oh hier ist ein Zombie ich bin wieder Richtung dein Haus Richtung dein Haus so so dann machen wir hier einfach mal eine grobe Planung erstmal ich komme ok was ist das hier eigentlich noch für ein Häuschen welches Häuschen mit dem und fertigen Dach das ist die Melonen und äh Zuckerrohr Farm ach du hast ja überall eine Farm für alles ja das ist ein Bauernhof das muss so so äh jetzt zählen wir erstmal kurz hier ab äh eins zwei drei vier huch das war viel zu viel auf einmal nein ich hab keinen Platz äh ich hab immer noch keine Schaufel oh dann warte ich kann dir gleich meine Schaufel geben wenn du mal kurz kommen würdest nö mhm ach da gut hier da Schaufel liegt hinter dir so und jetzt machst du ach da neust du ja äh ja die Samen nehmen lieber die Samen so ähm ähm so und jetzt machst du halt alle im Abstand von acht äh immer die Rinnen erstmal nur bis also in der Höhe erstmal nur warte mal ich weiß nicht acht acht ja also bis bis Randern an den Rand ja genau vom Rand aus und ja du solltest nicht die Schaufel zum zählen nehmen was denn ja mit der Schaufel musst du aufpassen wirklich aber gut so äh und dann mal gucken äh warte mal ich will warte mal ich will ich messe das mal kurz ab damit ich schon weiß wo ich die Zäune mache 1 2 3 4 8 ist ja schon 8 so ja hau ab Zombies so 1 2 3 4 ah alter hau ab sage ich doch du dummes Zombie 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 doof so 1 1 2 3 4 5 6 7 8 wenn ihr mich nicht verziert habt müsste es hier sein 1 2 3 4 4 4 4 4 4 ich bin doch sowieso mega verplant hier klick nochmal auf dem Boden ok 1 2 3 4 5 6 7 8 Boah Creeper auch noch Zombie hinter dir ah Creeper so das wird dann vielleicht sogar auch eine Farm die ich ab und zu mal abernte ah jetzt gibt es eigentlich mal das Schwert her du hast so stirb Creeper Creeper ich nehme das was ich über das Mob Spawning gesagt habe zurück jetzt kommt doch ordentlich welche na Hilfe lebst du noch ja guter Schuss oh alter lauf doch nicht weg die doofa Creeper alter 17 damage gemacht krasser scheiß so so zubis tot gut so wir kommen noch ein bisschen weiter äh 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 noch mal kurz Kontroll zählen aber ich mich auch nicht verzählt habe was durchaus denkbar wäre mal kurz Fall auf. Ja, ja. Stirb und stirb. Oh, mein Fall. Geil. So, meine XP. Ach, Stirb ist ja auch noch okay. Obwohl, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ne, das machen wir anders. Das tun wir gleich anders tun. Äh, warum hab ich denn, hä, wie, äh, ich versteh jetzt gar nix. Ja, aber egal, so. Warte mal, ich muss mal kurz zählen. Wie? Äh, ne, du kannst erst mal noch weitermachen. Ich hab nur so ein bisschen vor mich hin geplankelt. Hau ab, Creeper. So. Ach, ich bräuchte voll den Überblick. Ich müsste fliegen können zwar. Äh, eins, zwei. Drei. Dreieinhalb. Doch, dann kann der auch wieder weg noch. Hau ab, Creeper, hau ab. Hau ab! Oder geh hoch. Bitte geh hoch. So, dann nervst du mich nicht mehr. Gut, so. Der kann weg. So, dann, äh, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ah, okay, tschuldigung. Ich bin wieder voll blöd, wenn ihr nicht mehr einfach sowas denken könnt. Aber egal, so. Ähm. So, ja, hier dann noch eine Rille, weil hier kommt dann, okay, das bergst du dann, da kommt dann der Weg hin. Eins, zwei, drei. Hier drunter ist Wasser. Hast du gar, okay, du hast gar keinen Platz, äh, für Erde, dann mach ich dir das weg. Doch, doch, doch. So, mal überlegen, wie werte ich jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Ach, das zählt ja nicht mit, oder? Ne, eins, zwei, drei. Hab ich jetzt fünf gemacht? Ich hab jetzt fünf gemacht. Jetzt bin ich verwirrt. Äh, eins, zwei, drei, ja, fünf, okay. Gut, gut. Verwirrst du mich? Ne, ne, ich glaub nicht. Weiß nicht, also, hier die Zweiter, da kommt halt der Weg hin. Dann eins, zwei, drei. Also soll ich das, das Letzte machen? Wie, das Letzte? Das hier. Nein, es geht auf der Seite hier ja noch weiter. Also, das ist nur der Mittelweg zum Feld, vom Feld. Das soll ja ein großes Feld werden, deshalb. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, bis hierhin erstmal, gut. Okay, und die säuselt mir ins Ohr. So, okay. Wie säuselt sie denn? Ja, so, so, dann fang ich schon mal an zu bewässern, denn, äh, also du kannst dann erstmal noch die Linien, die Linien weitermachen. Ähm. Für die anderen müssen wir erstmal wieder dann noch ganz viel Erde aufschütten. Und da, ich mach jetzt mal noch ein paar Zäune hin. Oh. Was denn? War nicht zu weit. Okay. Ja, du darfst dann später noch ein bisschen weiter, weil die Mauer dann hinten noch ein bisschen weiter geht. Huch, nein, falsch. Ich hab eine Axt. Ach, du hast dir meine Axt wiedergegeben gehabt. Geil. Äh, kaputt. Ich mach deine Schaufel demnächst kaputt. Ja, die, äh, hat's nicht anders verdient. Äh, hier, Erde. So. Also den... Oh, du hast den Weg ja doch nicht ausgehoben. Ja, ich wusste nicht, was du damit meintest. Ja, das wird der Mittelweg im Feld, wo man dann so langläuft. Aber ja, nicht so schlimm. Weil hier direkt am Feld wird so der Weg langgehen. Ah, ja, Zombie, hau ab. So, also, ähm. Gleich wirst du da ja nicht... Ich helfe. Was denn? Ach, falsch. Oh, ach so, oh. Oh, das hab ich gar nicht gelesen, was... Wo bist du denn runtergefallen? Ja, in deine Riesenschlucht. Ach so, ja, oh, oh. Ja, die hab ich einfach... Die hab ich nicht ganz ausgefüllt. Nee, nicht ganz. So, egal. Äh, also nicht egal. Ähm... Ja. Soll ich deine Sachen saveen? Ja, wenn du einen Wassereimer hast, geht das ja. Ja, na gut, ich kann sowieso runter, aber ich hab gar keinen Platz im Inventar. Egal, ich geh kurz hin und dann portest du dich zu mir. Ja, oder du machst einfach einen Wassereimer. Aber warum Wassereimer? Ja, den kann ich untersegeln. Ach so, ja, klar. Ich dachte, ja, ich wusste nicht, ob du rechtzeitig genug da bist, aber... Ja, klar, warum nicht, soweit ich bist ja nicht. Das werden dann ganzen Items... Oh, ich bin runtergefallen. Da unten weggeschwemmt, würde ich grad sagen. So, bin ich einfach das Wasser mit. Alter, die werden... Die sind jetzt ganz weit unten. In irgendeiner Höhle. Also nicht nur, aber auch... Na, du kannst ja dem Wasser folgen. Kommste. Ja. Ja, was denn? Ja, kreuzgefährlich, ja. Aber es ist doch schon Tag. Na, bei deiner Baustelle, meine ich. Welche Baustelle? Ja, hier. Ach so, ja. Das wäre ich ja nicht runtergefallen. Ja, aber auch so, ich dachte, du bist... Weil ich gefragt habe, kommst du da, hast du... Das ist egal. Also da in den Ecken liegt das, aber es auch wurde weiter mit runtergespielt. War super. Ja. Sehr super. So. Ach, jetzt muss ich noch gleich nochmal kurz abzählen alles. Ja, das wird ein schön großes Pferd, das gefällt mir dann so. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich will nicht niesen, ich muss die ganze Zeit gleich niesen. Hab immer noch nicht genießt. Immer noch nicht genossen. Ich meine, hier spießt mich gleich irgendein Monster auf. Oh, schön, hier ist Lava. Ja, aber die ist doch bestimmt entwässert, äh, Entschuldigung. So, keine Ahnung, ja, du schaffst das, ich glaube auch nicht. Äh, und da hier Obsidian ist, an den Rändern vom Wasser, glaube ich... Da sind deine Alters vielleicht doch verbrannt, ja. Ich hab's rumpsen gehört, das war schon ziemlich lustig. Ich geh mich um. Pff. Zwei. Na, ey, was soll denn der Scheiß? Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaub, jetzt ist auf jeden Fall was in der Lava hochgegangen. Ja, das meiste, was du mit hattest, waren ja eigentlich auch nur Samen, oder? Ich glaub schon, ja. Bis auf... Oh, ich bin blöd, ich mach die Erde hin und mach sie gleich wieder weg, ey. Eins, zwei... Nein, umgedreht, ich mach's weg, gleich wieder hin. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also gehst du jetzt nicht nochmal nach unten? Keine Ahnung, soll ich nicht? Weiß ich nicht, du wusstest nicht, ob du noch mal die Lust dazu hast. Okay, dann hab ich keine Lust dazu. Eins, zwei... Halt schade um die Schaufel, aber die war sowieso fast tot. Ja. Zwei, drei, vier, fünf... Dann kannst du gleich aus dem Lager noch ein paar Schaufel mitbringen und Erde. Oh, jetzt muss ich nochmal... Alter, ich komme grad wieder vor durcheinander. Eins, zwei, drei, vier, so noch ein... Nein, ich will doch keine verkackte Blume haben, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, war das jetzt richtig? Ah! Mach's wieder weg und wieder in so... Nein, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Alter, ich bin grad so verplant. Eins, zwei, drei, vier. Ja, so, bis hierhin wird das Feld dann. So. Ah, verkackte Blume, ey. Böse Blumen. Gut, oh, wir sind sogar schon jetzt über die zwei Stunden drüber, die ich so in einem Normalfall aufnehme. Ich weiß nicht, also, wie viel Lust hast du denn noch? Geht so. Ansonsten würde ich ja jetzt halt erstmal hier gleich Pause machen. Okay. Also musst du dich jetzt auch nicht noch anstrengen, um ein Zeugs zu holen. Okay. Ich mach hier, obwohl ich pack noch kurz ein paar Zäune hin. Aber ansonsten, ja, bin ich dann auch bald fertig. So, mach. Ich hab Angst, dass ich gleich hier irgendwo runterfalle. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah! Was denn? Ah! Ja, ja, ich bin ein Adler. Oh, hier sind sogar Fackeln drin. Ja, wo? Bei deiner Rüstung. Okay. Auch interessant. So, ähm. Ich hab wohl das Disco-Outfit. Disco, Pogo. Weil's verzaubert ist, oder what? Ja. Ja. Und weil's Kettensachen sind. Weil die dann so cool kariert sind. Ja. So. Oh, huch. Ah, geil, bin fast da. Ja, ich glaub, das Feld ist dann ordentlich groß genug. Erstmal. Für den Anfang. Dann müssen wir nächstes Mal, oder ich zumindest, dann ganz viel Erde aufschütten. Nein. Reicht nicht, ja, die Zäune reichen. Geil. Mach doch mal. Nein! Ah! Alles gut, alles gut. Aber nochmal kurz vor Schluss muss ich ja auch mal rumkacken. Warum heißen die Kisten eigentlich Werkstoffe? Ja, ich wusste nicht, wie ich die nennen soll, weil da einfach einen Schrapel reingepackt hab. Glaube ich. So in der Art. Nein! Das klingt nach dir. Nein, nein, nein. Ich bin ordentlich. Äh. Also, ich könnte es sein, wenn ich mal aufräumen würde. So. Verdammt. Verdammt. Das ist mal aufräumen. Das ist... Nein! Das fällt mir erst jetzt auf, äh, mein PC-Lüfter war die ganze Zeit an. Also, tut mir leid, Leute, die Folge war wahrscheinlich etwas verrauscht. Na, toll! Ja, ich hab vorher noch dran gedacht und dann hab ich's vergessen. Dann hab ich deinen Lüfter gehört und dann war ich völlig hin und weg. Keine Ahnung. Nein. Egal. So. Äh, ich stell mich jetzt so kurz wieder obligatorisch in meine... in mein Hütchen und dann wird die Aufnahme beendet, ne? Soll ich mal zu dir kommen? Ja, kannst du gern. Du musst dir auch noch dein Bett abholen. Nein. Herr Pfö. Aber dein Haus hat schon ein interessantes Konzept. Das musst du noch etwas ausbauen. Ja, das mein ich so. So. Lauf, schneller, lauf, schneller, lauf, schneller, lauf, schneller. Springen, höher, lauf, schneller. Und so weiter und so fort. Hab ich das eigentlich schon? Die weiße Wolle, hab ich die hier schon reingekommen? Ach ja. So. Ähm, ja. Und dann werden wir also nächstes Mal, wenn man das Feldlander machen, weiß ja nicht, was du machen willst, so, ne? Vielleicht hast du da voll die Ideen für dein Haus oder so. Da kann ja sein, weiß man ja nicht, ne? Ansonsten, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Welt eben vielleicht mal zwischendurch mir kurz runterlade und dann kurz ein Video mache, wo ich nur Bäume fälle und und so. Aber ja. Also, äh, vielen Dank fürs zu gucken. Und bis zum nächsten Mal. Äh, warte. Hau rein, Leute. Ciao. Tschüss.